Der neue Bestseller des Bestsellerautors Dan Brown ist veröffentlicht. Es ist wieder eine Rolle für Tom Hanks dabei. Mal sehen, ob er das spielen will. Er hätte sich ja durch die Verfilmung der vorigen Bücher schon genügend auf diese Rolle vorbereitet. Aber erstmal müssen alle das Buch lesen und was man hört ist, dass es eine überraschende Wendung geben soll. Also eine andere als man es von Dan Brown gewohnt ist. Und es geht um Gentechnik oder Darwinismus. Die Menschheit soll verbessert werden. Na, ob das eine gute Idee ist für Dan Brown? Wird er an diese Übermenschheit noch Bücher verkaufen können? Werden wir sehen. Morgen geht's weiter.